Lisa schläft jetzt. Den wollte sie nicht mal mir geben. Wie haben Sie das denn geschafft? Der Täter hat ihr einen hypnotischen Anker verpasst, um sie zu kontrollieren. Sie glaubt, wenn sie den Ring absetzt, wird sie bestraft. Die Gedankenfessel konnte ich vorerst lösen, aber es wird nicht ewig halten. Hier steht auch in ewiger Liebe drin. Jo, Alex. Vielen Dank. Okay, ciao. Also, es handelt sich um den gleichen Ring und damit auch um denselben Täter, der das eine Mädchen getötet und das andere entführt hat. Die Gravuren auf dem Ring sind identisch. Oh, Mann. Diese Amelie, die hat er im Juli entführt und sie hat noch fünf Monate gelebt. In der Hölle. Ja, und zwei Wochen nach ihrem Tod hat er Lisa entführt. Und er wird's wieder tun. Wir müssen die so schnell wie möglich schnappen. Hey, die Überwachungskamera der Hauptstraße ist ausgewertet. Ich habe hier die Namen und Adressen der Fahrzeughalter, die an beiden Abenden auf der Hauptstraße beim Club unterwegs waren. Neun Pkw und drei Lieferwagen. Ja, erst drei. Vielen Dank, Max. Gute Arbeit. Dann nehmen wir uns die Pkw vor. Und du schickst bitte eine Liste mit den Lieferwagen, Alex, aufs Handy, ja? Okay. Mach ich. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ja, da. Herr Grote? Dürfen wir mal reinkommen? Wir sind von der Kripo. Polizei? Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Grote, eine Frage. Ja? Es geht um diese Frau. Haben Sie die schon mal gesehen? Nein. Wieso? Ist da was passiert? Am 20. Januar vor sechs Monaten sind sie mit ihrem Lieferwagen auf der Hauptstraße gefahren. Ja, kann sein. Es ist schon eine Weile her. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, ja, das war so. Das können wir Ihnen sicher sagen. Die junge Dame war auf dem Weg zur Bushaltestelle. Oder vielleicht stand sie dort auch schon. So gegen Mitternacht. Überlegen Sie nochmal. Nein, keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht. Und was ist mit dieser jungen Frau? Die ist auch verschwunden. Vor elf Monaten. Auch an der Hauptstraße. Und an diesem Tag waren Sie auch mit ihrem... Ich bin nicht der Einzige, der dort langfährt. Herr Grote, Ihr Lieferwagen. Wofür brauchen Sie den? Ich bin Schrein. Ich transportiere meine Materialien damit. Ist das jetzt verdächtig, dass man irgendwo langfährt? Nein, nein. Wir suchen nur Zeugen. Schönes Haus übrigens. Wohnen Sie alleine da? Ist das alles? Kann ich weiterarbeiten? Das ist für alles, ja. Viel Spaß noch im Garten, gell? Der lügt. Der ist nicht alleine zu Hause. Ich habe das gesehen. Da war jemand hinterm Fong. Habe ich genau gesehen. Ich auch. Und so der richtige Frauentyp ist er nicht. Und sein schwülziges Parfüm hilft ihm da auch nicht weiter. Patchouli, schrecklich. Das erinnert mich immer so an den alten Kleiderschrank meiner Oma. Ich ruf mal die Profilerin an. Susanna? Ja, Susanna, ich bin's. Pass auf, wir haben hier gerade jemanden kontrolliert. Der könnte gut ins Raster passen. Unsicher, nervös. Kaum Blickkontakt. Der konnte auch die Fotos der beiden jungen Frauen kaum ansehen. Wir überprüfen den mal weiter. Überprüft seine Mutter. Biografien solcher Täter ähneln sich. Sie sind typischerweise in einer toxischen Mutter-Sohn-Beziehung groß geworden. Was heißt das? Das sind unerwünschte Söhne, deren Seelen von ihren Müttern vergiftet sind. Sie hören von klein auf, wärst du noch nie geboren worden. Und das macht was mit einem Menschen, wenn man im Schatten einer dominanten, manipulativen Mutter aufwächst. Ablehnung statt Liebe, Kälte statt Wärme. Das Opfer, das zum Täter wird. Ja, da staut sich ein übler Gefühlscocktail an. Hass auf die Mutter, Sehnsucht nach Liebe, Dauerfrust. Dann braucht es nur noch einen Auslöser und alles entlädt sich in einer solchen Tat. Ja, wir sollten Elisa Breuer mal ein Foto von dem Kerl zeigen. Würdest du uns begleiten, Susanne? Na klar, passt euch neun Uhr. Ja gut, treffen wir uns morgen neun Uhr direkt bei dem Breuer zu Hause, ja? Bis morgen, Susanne, ciao. Sorry, ich hab mit Dani telefoniert. Es gibt Neuigkeiten. Der Thomas Groth hat gelogen. Der wohnt mit seiner Mutter zusammen. Dann war sie das am Fenster. Genau, aber es gibt noch was viel Ernsteres. Ist wieder ne junge Frau verschwunden. Miriam Löw, 20 Jahre alt. Sie war im gleichen Club, wollte danach mit dem Bus nach Hause fahren, kam aber nie zu Hause an. Sie wurde heute als vermisst gemeldet. Ich hab schon ein Foto von ihr. Vielleicht hat er sein nächstes Opfer schon gefunden. So ein Mist. Ach. Guten Morgen, Lisa. Schön, dass wir nochmal mit dir reden können. Hallo. Setz dich doch. Darf ich dir nochmal eine Frage stellen? Kennst du diesen Mann? Du kennst ihn nicht? Ist er das? Wir wissen es nicht. Wir brauchen deine Hilfe, um ihn zu finden. Ich weiß nicht, wie ich helfen soll. Ich kann mich nicht erinnern. Es gäbe vielleicht eine Möglichkeit. Hypnose. Wenn es wirklich wichtig ist, dass sich Zeugen oder Opfer erinnern in der Polizeiarbeit, dann setzen wir auch da Hypnose ein. Und vor der Hypnose brauchst du auch keine Angst zu haben. Ich wache über dich. Du schaust dir in der Erinnerung alles an und erzählst mir, was du siehst. Und wenn es dir zu viel wird, dann steigen wir beide wieder aus. Na gut. Bist du bereit? Dann legen wir jetzt los. Du konzentrierst dich auf den großen Ring. Folge ihm mit den Augen. Das ermüdet dich. Schließ deine Augen. Entspann dich. Ruhe dich aus. Es geht dir gut. Und du erzählst mir, was du erlebt hast. Du kommst aus dem Club. Gehst zur Bushaltestelle. Ich habe den Bus verpasst. Es ist kalt. Ein Auto hält neben mir. Kennst du den Fahrer? Nein. Was ist das für ein Wagen? Du brauchst dich nicht zu sorgen. Du bist in Sicherheit. Ich bin bei dir dieses Mal. Dunkel. Wo bin ich? Ketten. Überall Ketten. Die Tür geht auf. Und wer kommt da rein? Eine Frau. Sie hat ein Brautkleid dabei. Ich muss es anziehen. Sie ist böse. Wer ist die Frau? Seine Mutter. Er kommt. Ich habe Angst. Kannst du mir seinen Namen sagen? Didi. Hey. Kommt näher. Er riecht so alt. Er zieht mich aus. Hol dir. Es überanstrengt sie. Alt. Sie meint Patchouli. Thomas Grote. Wir müssen da hin. Ich rufe Verstärkung. Tim, wollen wir nicht lieber auf die Verstärkung warten? Wir müssen da rein. Okay. Okay. nie. Ich rufe. Ich rufe. Nein, ich rufe. Ich rufe. Polizei, Hände hoch! Wo ist der Schlüssel? Ganz ruhig, ganz ruhig. Frau Löw? Kommen Sie, kommen Sie, wir gehen erst mal raus hier. Miriam! Du hast doch hier die ganzen Weiber angeschleppt. Aber Mama, mit Miriam war das anders. Miriam liebt mich. Lieben? Dich? Du bist ein solcher Schwachkopf. Ich hätte dich damals abtreiben sollen. Okay, stopp, es reicht. Stehenbleiben und Hände oben lassen. Verstärkung ist da. Ja, klar. Der Notarzt auch sofort. Ich hab den Frauen nichts getan. Ich hab Lisa sogar die Fesseln abgenommen. Stimmt's? Ich hab ihr die Fesseln abgenommen. Liebst du mich? Ja, weil du so ein toller und liebenswürdiger Mann bist. Ich wusste, dass du es irgendwann verstehen würdest. Sing. Was? Ich sagte sing. Der Mond ist aufgegangen. Lauter. Wollten Sie sie auch umbringen? Genauso wie Amelie Hausmann? Ich hab niemanden umgebracht. Amelie lag eines Tages einfach tot da. Dann hab ich sie in dem schönsten Kleid begraben. Sie haben sie vergiftet. Vergiftet? Du hast sie vergiftet. Ja, sollte ich denn auch noch deinen Bastard großziehen? Sie war schwanger? Ja. Ich hab ihre Periode kontrolliert. Ich konnte doch nicht zusehen, dass ausgerechnet du dich noch vermehrst. Du hast mir alles genommen. Du hast mir immer alles genommen. Sogar Didi, als ich klein war. Du wusstest, dass ich ohnehin nicht schlafen kann. Okay, genug jetzt. Genug von Didi. Mitkommen jetzt. Hände hoch. Raus. Und Sie auch. Kommen Sie rüber. Das freut mich. Gut, Frau Breuer. Ja, sehr gerne. Okay, tschüss. Und wie geht's, Lisa? Eigentlich ganz gut. Morgen fängt sie mit ihrer Therapie an. Sie ist ein starkes Mädchen. Das hat sie mit ihrer Flucht schon bewiesen. Und du hast einen guten Job gemacht. Du auch. Dankeschön.